hi hallo und herzlich willkommen zu ultimate chicken horse zusammen mit dem guten budai hallo und natürlich dem makanis und mir den alten trash mob es geht schon los es geht schon los genau und wieder mit den hardcore regeln mit einer einzigen dynamit stange dass wenn was schiefgehen sollte dass wir die möglichkeit haben auf jeden fall den weg wieder passabel zu machen und die erste folge wie eigentlich immer sollte relativ reibungslos stattfinden okay easy ja ich opfere mich wenn ihr wenigstens gestorben wäre ja mit tastatur ist halt immer so ein bisschen behindert ich mache mit ich springe auch drüber weg und noch mal und rüber ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's auch für mich okay ich hab's ein propeller wie schön erhalte der kriegt alle dinge ist unfassbar bubble doch nicht die letzte runde hast du es bekommen du schwitze warum kann ich den scheiß nicht anklicken man ich kann nichts dran kleben verdammt die tastatur jetzt okay alles klar party hat party hat party hat christoph christoph ist gestorben okay es gibt punkte diese runde wieso ist denn diese scheiße bitte gerade mit mir durchgepackt ist das schiff fährt schneller als stehe springen kannst naja wenn es einmal fahrt ist so hat ja ja was doch gerade gesehen hast du es nicht gesehen ich hätte auch sein können dass das eine typische inkompetenz ist pfeife alter würde mich bei dir nicht wundern dass es einfach nicht hinbekommst nur beim laufen oder auch beim springen beim springen habe ich doch gerade gesagt du pfeife wer ist denn hier die pfeife eindeutig du guck dich an wer kommt denn hier ins ziel und wer bleibt auf der strecke mal wieder hängen wer hat keine punkte talk to the hand wer kriegt gleich andere punkte und gewinnt deswegen die runde noch und jedes mal dasselbe von maus bitte danke alter ja es ist echt krass nicht gell du kannst keins jetzt ok ich bin irgendwie so durchgeportet worden und so in diesen eiskloppen reingeschleudert worden ja richtig so cheater die wand was baut ihr dahin ich habe keine ahnung ich hatte nolzbrett muss sich irgendwo hin planzen glöcke vernichten ich sehe aus wie eine ananas christoph backt sich bei mir einfach so voll im spielfeld durch alter halt dein maul ist voll krass der gleitet so durch die halbe welt und kommt einfach hinten am ziel wieder raus ja genau weil es so ist alter jetzt komm da drübe ich hab grad schon gedacht was war das denn mach einen eiskloppen aus ihm jammern nein das boot war zu schnell ich wollte nochmal schnell nach rechts weg springen und trash geht nochmal baden kaplunsch verdammt ist ok war ein bisschen kalt aber ne schade die beiden oh 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 ok was machst du da immer da geht das trash was machst du da das ist ja echt geil also das ist ja echt geil was trash da macht sorry aber das ist ja mal das macht der schon seit wie vielen folgen seit wie vielen runden macht der das schon die vierte das ist der wahnsinn und keiner guckt zu kann das sein jetzt hat leider einer zugeguckt jetzt muss ich was dagegen unternehmen muss ich verhindern dass sowas gemacht wird das ist der wahnsinn und tot trash was hast du da versuchte ich hab den scheiß block nicht gesehen oh was lol wie hoch der gesprungen ist weil ich eigentlich schon weggesprungen war aber dann doch angeblich getroffen wurde finde ich gut ich bin zuerst dran ich bin zuerst dran das geht nicht christos das klebt schon die pflanze kannst du hoch und runter gehen lassen lol was ist das denn jetzt das funktioniert noch niemals keine ahnung dass der eine propeller den anderen verliebt alter was habt ihr denn hier gebaut lol ich bin an den scheiß heißbocken hängen geblieben der einzige das schafft ist der treasure und dann springt er auch noch oben drüber weg der zieht uns heute ganz schön ab das ist der hammer gib mir bitte den underdog nochmal ich will wieder punkte machen können ja geil ok was nehme ich jetzt Feuerwehr vor allem ihr dürft noch nicht mal was zerstören doch nein dürft ihr nicht nur wenn der weg nicht machbar wäre dürfen wir zerstören ja ach doch oh guck mal ganz knapp verklickt ja vor allem bei der tastatur könnt ihr es auch wirklich hinhauen mit dem verklick Hilfe ja ah cool ich konnte nur noch nach links hüpfen oh das Ding funktioniert ja gar nicht das ist ja langweilig lol krass pfff okay so ich komm ich komm wieder zurück ich komm wieder zurück so ich hab den underdog jetzt darf ich wieder spielen ja was denn jetzt was machst du denn da jetzt jeder jeder hatet immer Christoph für die Sachen die er setzen wird ne 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 Mendo hör nur auf ich war grad halt wirklich einfach nur am überlegen dass er dann aua ja genau das Ding festet mich feck wieso geht denn das schon wieder und wer hat dieses Scheißteil da gesetzt das nur noch ein Puck da fliegt hä was soll das denn hä was habt ihr da hingesetzt da ist dieses Scheiß Stachel Teil mach ich jetzt weg guck mal ne 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 rumpflen weil ich das Teil geil setzen wollte damit du nicht hättest man den durchgekonnten ne hopp wieder durch ne 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 oah ich verstehs nicht ich will ja hoch springen oah dammit sehr gut geht doch so muss sein schieß 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 oah okay Trash macht es mir heute echt schwer das ist der Hammer uuuh sogar auf einer auf einer Punktzahl uuuh was hängt da hinten raus auch der Puckschießer hehehe überall ja genau sitzt noch mehr Kreisding hehehe Arcanis hau ab hau ab hau ab ich will dich hier unten auf der Bahn nicht haben au lol tschüss hä wieso bin ich hier schon wieder ich drück nach rechts definitiv und ich springe nach links okay oh gleich ist Buddha wieder am Anfang hehehehe Fiasch gibt's ja in reverse Autopsie hehehehe du bist am Ziel wieder tot hehehehe du bist wieder an den Start gekommen glückwunsch hehehehe was kann ich denn jetzt hier mit bewegen gar nix äh so also jetzt zählt es eigentlich nur noch Fallenpunkte zu bekommen oder wie ich krieg's nur wenn er noch durchkommt nur krieg's nur wenn er noch durchkommt nur krieg's nur wenn er noch durchkommt in den Weg baut versuch mir eigentlich einen Weg zu machen oh ho 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 nein ah verdammt und verkackt dabei weil ich es nicht treffe nein ja sehr gut doch doch sehr gut sehr sehr gut so jetzt battelt euch mal ich setz auf Trash Tracksack was muss man machen einfach durchkommt der erste in einem Minute hat gewonnen komm ins Ziel Aua Aaaaaaah ich will respawn ich will auch respawn ja vor allen Dingen möchte ich mich ganz gerne sehen scheiße schnell doch bitte schnell doch bitte gib mir noch ne Chance nein 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 ja 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 doch 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 easy easy dieses Kackschiff weißt du aber ich muss sagen ich hab mir den Weg oben noch nie angeguckt Aua wow 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 Dös scheiße und wir haben vor allem noch ein wir sind an der Zeit begrenzt ja gell was ist danach ja genau danach ist es unentschieden oh schade du bist nicht gestorben als ob oh 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 beide weggeschümmt oh mein Gott ist es so lame ist es so lame ist es so lame Ende okay wir haben einfach zwei Gewinner wir hoffen trotzdem dass ihr dabei euch Spaß gehabt habt das Spiel konnte nicht entschieden werden wir haben drei Gewinner oder drei Gewinner nein das kannst du knicken nein das kannst du knicken du warst nicht mal du warst nicht mal beim Sundance dabei nicht mal ansatzweise das macht ja gar nichts es stand kein Gewinner da also ist das Spiel ungültig wir verabschieden uns wir hoffen dass ihr Spaß gehabt habt lasst uns ein Feedback da wir würden uns drüber freuen bis zum nächsten Mal ciao over and out ciao